Bauer Pirmin aus dem Kanton Luzern ist ein echter Hingucker. Hallo, ich bin Pirmin, ich bin 29 Jahre alt. Auf diesem Weg suche ich eine lustige, fröhliche Frau. Einer Partnerin habe ich sicher Halt zu bieten, ein offenes Ohr. Sie kann sich eigentlich immer bei mir ausreden, wenn etwas ist. Aber auch sonst, wenn sie etwas im Leben braucht, kann ich ihr dienen. Pirmin hat den Familienbetrieb vor einem Jahr übernommen und sich einen ungewöhnlichen Traum erfüllt. Texas Longhorn-Rinder. Meine Texas Longhorn habe ich ein bisschen aufgebaut. Vor drei Jahren bin ich die ersten zwei Mal holen. Und wenn ich darauf gekommen bin, war ich eigentlich mal in Amerika. Dort habe ich zuerst mal ein paar von ihnen gesehen. Und dann habe ich eigentlich gesagt, jetzt könnte ich auch so etwas zutun. Die Texas Longhorn-Kühe sind eigentlich sehr ruhig, gemütsam, sehr umgänglich. Man muss auch ein bisschen aufpassen mit den Haaren. Ich bin ja eben schon eher ein bisschen draufgängermässig eingestellt. Ich probiere gerne mal etwas, das ja nicht immer das schlechteste ist. Aber wenn man es nicht probiert, hätte man es nicht erlebt. Das wäre natürlich schon eine kleine Mutprobe. Diese Frau würde sich das Gehäge eintrauen, ja. Pirmin ist ein grosser USA-Fan in Liederbeziehung. Woher die Freude kommt, kann ich nicht unbedingt so sagen. Also sicher American Football habe ich. Ich interessiere mich sehr dafür. Und dann auch amerikanische Fahrzeuge sind einfach auch etwas Schönes. Der grosse Motor und den Unterhalt und den Service meiner Maschinen probiere ich möglichst viel selber zu machen. Ich kann alles, was geht. Das America-Feeling von einer zukünftigen Partnerin wäre natürlich schön, wenn sie es auch etwas hat. Natürlich auch, wenn man die Ferien in Amerika kommt oder so. Aber es ist natürlich kein Muss. Aber es wäre natürlich schön, wenn man die gleiche Leidenschaft hätte. Leidenschaft hat er, Liebe sucht er. Es wäre natürlich schön, wenn jemand auf jemanden zu Hause wartet. Oder eben, dass man Probleme, die man durch den Tag hatte, zusammen diskutieren könnte. Oder die dann auch mithilft auf dem Hof. Die Aufgaben gemeinsam bewältigen würde. Oder sonst mal ein bisschen Witzeln zusammen. Oder es ist zu lustig, am Abend nicht alleine und nichts zu tun zu haben. Genau, jetzt schauen wir mal, ob der noch läuft nach dem Kontrollcheck. Egal ob Vier- oder Zweiräder, Pürmen liebt alles, was einen Motor hat und gross oder schnell ist. Der Motorcross ist sicher schon lange Leidenschaft von mir. Vor allem jetzt, wo ich einen eigenen Hof habe und eigenes Land. Jetzt kann ich das richtig ausleben. Ich würde mich selbst schon als Adrenalin-Junkie bezeichnen. Weil ich auch gerne neben dem Zeug herumkrosse oder auch mit dem Auto. Vom Typ her bin ich sicher sehr einfach. Locker drauf. Gemütlich. Eigentlich immer etwas für einen Witz zu haben. Meine zukünftige Partnerin wäre sicher schön, wenn sie sportlich ist. Ein bisschen ein Tussi. Humorvolle. Dann muss man es lustig haben. Genau. Ein Tussi, wo ich arbeiten kann, wäre das Optimum. Ein Lebenstraum, den ich noch habe, ist eigentlich, dass ich wieder auf Amerika gehe. Im besten Fall natürlich mit einer Partnerin zusammen. Dass wir dort ein bisschen Ferien machen oder ein bisschen leben dort, wäre natürlich schön. Es ist natürlich schwierig zu sagen, wie ich das Herz meiner Traumfrau erobern werde. Aber das werden wir dann herausfinden, wenn sie auf der Hochwoche ist. Pirmin sucht dich.